es gibt einen grund sich zu freuen es gibt einen grund die welt anders zu sehen als bisher denn es gibt jetzt endlich eine versicherung die anders ist als bisher eine versicherung die ganz einfach den menschen in den mittelpunkt stellt so wie er ist er ist manchmal abgrundtief schlecht oder er ist mitunter auch himmel schreien dämlich wir wissen das seit langem aber wir haben erst jetzt wirklich verstanden was es für uns bedeutet nichts gutes manchmal ist es regelrecht zum kotzen manchmal ist es auch zum wirklich 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 wütend werden und manchmal ist es schlichtweg zum verzweifeln aber ist es auch ein grund diesem mann zu vertrauen die bevor man sich eine ehefrau die fick dich wenn du gar nicht mehr damit rechnen ist so so Bis zum nächsten Mal.